Ich bin jetzt seit 2009 Mitglied im Europäischen Parlament, also in der ersten jetzt auslaufenden Amtszeit. Hier im Parlament arbeite ich vor allem in zwei großen Ausschüssen, im Landwirtschaftsausschuss und im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Und dann fallen selbstverständlich eine ganze Reihe von Dingen an, die dann auch mit mir als Südtiroler zusammenhängen. Ich habe jetzt zum Beispiel in der Intergruppe Minderheiten, auch in der Intergruppe für Wein. Und dann gibt es immer wieder Themen, die einfach aus Südtirol her zu uns hereinkommen und die wir hier versuchen zu bearbeiten. Ich halte Europa für einen faszinierenden Kontinent. Europa ist ein Kontinent, wo in den letzten 2000 Jahren Geschichte, Kunst, Demokratie entstanden ist. Aber ein Kontinent, der auch immer Zentrum von Konflikten in der Welt war oder von den Konflikten in der Welt ausgegangen sind. Mit der Europäischen Union versuchen wir nun ein politisches Gebilde zu finden, das auf ein gemeinsames Recht aufgebaute Gemeinschaft bilden kann. Ich halte das für einen sehr interessanten Prozess, weil dieser Prozess letztendlich dazu führen könnte, dass es ein wirklich interessantes demokratisches Gebilde gibt, wo es Regionen gibt, die entscheiden, was auf regionaler Ebene entschieden werden kann, wo es Staaten gibt, die entscheiden, was auf staatlicher Ebene entschieden werden kann und wo es dann vor allem die Europäischen Union gibt, die sich um die großen Angelegenheiten kümmert. Und das könnte tatsächlich ein interessantes, auch in der Welt vorbildhaftes Modell der Demokratie werden. Ich würde es vielleicht anders definieren. Welche Rolle spielt Europa und die europäische Politik in Bezug auf Minderheiten? Ich bin da nicht so ganz optimistisch. Leider sieht der Lissabon-Vertrag jetzt zwar eine Rolle oder sieht vor, dass auch Minderheitenpolitik Teil der europäischen Politik sein sollte. Aber wenn man sich dann konkret anschaut, was passiert und wie schwer es für uns manchmal auch ist, den Kolleginnen und Kollegen hier verständlich zu machen, dass Minderheitenpolitik kein Teil der europäischen Politik sein sollte, dann ist es manchmal wirklich Sisyphus-Arbeit. Also das ist ein Bereich, den es zu entwickeln gilt. Ich denke, dass Europa sich überlegen muss und überlegen soll, wie dieser Kontinent mit den hunderten von Minderheiten, mit den vielen, vielen Sprachen auch umgeht. Denn diese Minderheiten und diese Sprachen sind Vielfalt in Europa. Und eines unserer Ziele sollte es sein und muss es sein, diese Vielfalt auch zu fördern und zu unterstützen. Vielen Dank.